Das hab ich... Oh. Hi. Na. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü towards. Was? Ich kann nie raus. Sprungshanze. Oh, mein Ball. Häh, häh. Häh, häh. Schnell. Power. Mein Ball. Mein Ball. Häh. Mein Ball. Häh. Was? Ich hab doch gar nicht... Oh. Ganz langsam hinschleichen. Der hat bestimmt eine Pizza versteckt. Ah. Ich glaube, sein Hund will raus. Ah, hi. Ähm. Er hat mich über... Er hat mich über die ganze Straße geworfen. Das sage ich erst mal meinen Nachbarn. Hallo? Hm. Macht niemand auf. Hallo? Hallo? Erst mal Licht anmachen. Hallo? Ich glaube, hier wohnt keiner. Dann wohne ich ab jetzt hier. Bin erst sieben Jahre alt und habe schon meine eigene Wohnung. Was mache ich mir denn heute zu essen? Ich glaube, ich mache die Kilm. Was habe ich denn hier noch? Ja, hier sind wir beim Einzug. Genau als ich gedacht habe, ich nehme meine doppelten Sachen und stelle sie so in den Karton rein, wie immer. Und dann ist mir auch noch genau zweimal der Kleber ausgelaufen. Und zwar genau gleich. Das bin ich. Das ist mein Vater. Das ist meine Schwester Maxi. Das ist meine Mutter. Die Firine. Das ist Maudado, Bruder. Und der ist verschollen. Von dem weiß man nicht mehr. Auf dieses Bild bin ich besonders stolz. Das ist der Schnurrbart meines Opas, den er mir auf sein Sterbebett verkauft hat. Er meinte, ich habe den besten Rabatt bekommen. Ich musste nur 50% mehr als alle anderen zahlen. Nachbar. Ich habe gehört, du brauchst einen Toaster. Erst mal umschauen. Oh, habe ich dein Fernseher ausgemacht? Ah! Oh. Ähm. Wo bin ich hier? Hallo? Hat er mich... Ist das sein Keller? Hm. Wo? Ähm. Hallo? Nachbar. Oh. Scheint ja nicht so gut bei dir zu laufen. Haha. Wen hast du umgefahren? Was macht er da? Ist irgendwas passiert? Hallo? Nachbar. Komm zu mir. Und lass mich hier raus. Ich werfe dir... Ich bin zu schwach für den Reifen. Du hast nochmal Glück gehabt. ins Licht. Ich will ganz viele Bananen. Die Bananen hat die Tür aufgehalten. Wait. Man kommt hier aus... Ich hole mir mal zwei Kisten. Damit kann ich mich... Ich bin ja noch als Kind hier... Beweglich wie sonst was. Okay. Erstmal den... Karton, wo wir ganz viel ausgeschüttet haben. Weil... Ist ja irgendwie normal. Und dann hier rauf. Bringst du das überhaupt? Ich bin aber geschwind. Wie ein kleines Kind. Ich bin ja auch ein kleines Kind. Natürlich bin ich dann geschwind. Und komm hier hoch. Und hier. Dann sind wir oben. Der Toaster sei Dank. Er ist so hart. Wie ein Schrank. Okay. Ich höre langsam auf. Okay. Der geht nicht. Also gut, dass wir so viele... Aus... Hä? Ich habe das Bild wieder repariert. Keine Sorge. Es steht perfekt. Und... Können wir nicht einfach durch? Ja. Oh. Pow. Da ist ein Autoschlüssel. Oder so. Okay. Wir haben einen Autoschlüssel. Ich kann jetzt sein Auto stehlen. Okay. Ich habe das jetzt soweit angemacht. Mal schauen, was passiert, wenn wir... Ähm. Okay. Hahaha. Das will ich jetzt weiter versuchen. Könnte ich damit... Den Stuhl kaputt machen? Pow. Hahaha. Oh. Hier geht es weiter. Damit. Und hopp. Und hopp. Komm her. Komm her. Schraubenschlüssel. Komm. Okay. Gibt es noch was? Komm. Stange. Brechstange. Nice. Haha. Komm. Oh. 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 Der Premium Dietrich. Kann ich mit diesem... Dietrich denn hier rein? Oh ja. Dankeschön. Okay. Oh. Kann auch den Schlüssel hier lassen. Theoretisch. Und die Schaufel nehmen. Und mir anschauen. Was im Garten vergraben ist. So was hat mein Nachbar hier vergraben. Anscheinend gar nichts. Erst mal hier aufmachen. Sag ich mir. Kann ich hier hoch. Dann kann ich in das... Extra-Zimmer rein. Ist hier. Und kann den Stuhl endlich mal wieder reparieren. Der rote Schlüssel. Das war der Schlüssel, den ich seit Jahren gesucht habe. Schnell. In den Keller. Wenn ich den nochmal finde. In den Keller. Was hat mein Nachbar hier versteckt? Außer einen Ladebildschirm. Ich habe nichts mitgenommen von oben. Ich habe das alles weggelassen. Ne. Die schließe ich lieber mal. Das ist nicht echt. Nimm ich lieber mein Basketball und meine Gießkanne. Und mit meiner Gießkanne gehe ich hier durch und schließe das. Die Waschmaschine. Die nicht echt ist. Hallo. Ähm. Das wurde nicht gegessen. Hm. Tch. Was habe ich hier in der Hand? Oh. Ah. Ich wünschte ich hätte so schöne Bilder mal in meinem Zimmer gehabt. Ich gehe hier raus. Rein. Warum ist es hier so dunkel? Ho, ho, ho. Sage ich da nur. Hallo. Okay. Wir gehen hier durch. Wie ein kleiner Lurch. Denn ich bin nur ein Kind. So geschwind, so geschwind. Hallo. Okay. Ist geschlossen. Hätte ich mal meine Schaufel von oben mitgenommen. Der Kühlschrank ist zu hell. Hat er irgendwas zu sagen? Oder nicht? Hi. How are you doing? Oh. Ein Stuhl. Zwei Stühle zählen mit mir ins kleines Kind. Drei Stühle. Bin ich wieder hier? Okay. Und ich sag, hätte ich mal meinen Trusty Schaufel mitgenommen. Hallo? Eine Taschennappe. Oh, danke. Ich kann was sehen. Hier wollte er noch ein Zimmer extra haben. Mann, unser Nachbar braucht aber schon ziemlich viel Ruhe. Und noch einen Stuhl. Vier Stühle. Vier Stühle. Da leuchtet was rot. Da drücke ich rauf. Oh. Heißt das, man kann die hier zerstören? Fernbedienung. Bist du stark genug? Das ist eine starke Fernbedienung. Ich glaube, die ist von One Punch Man. Das ist die One Punch Bedienung. Wenn ich den Strom jetzt wieder anmache, bringt das irgendwas? Finde ich überhaupt jemals zurück? Fragen über Fragen? Also ich mache wieder den Strom an. Mal schauen, was sich jetzt verändert hat. Ich kann nirgendswo weiter? Oder kann ich von hier so rüber springen? Das ist nicht wirklich gewollt. Das ist nicht... Ich bin ein Kind. Ich bin noch ganz flink und geschwind. Und rüber. Hi. Fünf Stühle. Oh. Ich kann einfach durch. Dankeschön. Das habe ich... Oh. Hi. Na. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. Oh Gott, er ist, er ist, äh, oh Gott. Können wir darüber nochmal reden? Ich habe auch eine Fernbedienung hier. Ah, wo bin ich? Hallo? Hä? Ähm, mein Schuh, okay. Ich habe nur drei Zehen. Bin ich jetzt im Keller? Hallo? Ah. Oh, 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 oh. Ähm. Ich bin im Keller. Der wurde aufgeschlossen. Schaut fast nicht creepy aus. Na? Hallo? Nachbar? Obwohl, ist das jetzt mein Nachbar? Ich habe ja nur Fußball gespielt und dann... Da ist es sehr hell. Hier ist es sehr dunkel. Gehe ich mal lieber ins Licht. In der Hoffnung, dass wir wieder rauskommen. Hallo? Oh. Wir sind im... Ja. Warum ist hier alles zugezäunt? Ui, ui, ui. Das ist anders. Ich habe so das Gefühl, dass wir versuchen müssen, hier rauszukommen. Wir brauchen einen roten Schlüssel. Geh weg, geh weg, Nachbar. Hi, Nachbar. How are you doing? Oh. Hä, du bist da! Hier ist ein Trampolin. What? Ist das noch eine Möglichkeit, rauszugehen? Das wäre irgendwie cool. Auf jeden Fall ist er sehr paranoid. Okay, das geht nicht. Ich kann nichts drehen. Ich könnte mich eigentlich auch hier durchquetschen. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Hier ist nichts. Der Schraubenschlüssel im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Da tue ich das auch immer hin. Ich würde sagen, hier müssen wir Wasser einfüllen lassen. Und dann... Okay. Einfrieren vielleicht? Oh. Hier geht's ja hoch. Einmal das aufmachen. Hallo. Mein Lagerfeuerplatz. Oh. Ist ja voll bequem hier. Also ich hoffe, er sucht nicht oben. Da wir hier... Da ist ein Hai. Hallo, Hai. Ein Hai, den es kein zweites Mal gibt. Oh. 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 Da gehe ich nicht nochmal hin. Hui. Du siehst uns nicht, Nachbar. Kletter einfach mal weiter nach oben. Du hast nichts gesehen. Und du hörst auch nicht. Tschüss, Nachbar. Dankeschön. Hi. Dööö. Mann. Der Gloob. Jeitz. Oh ii. Oi. Nicht, dass ich da nicht rein möchte, aber... Es ist jetzt nicht das Vertrauensmütigste. Hm? Hallo? Wer schlägt hier? Hi. Na? Großer Bruder, der immer hier war. Ui. Ui. Hallo? Der hat Wutanfälle. Er schreit immer. Hier wollte ich mich ver... Okay. Danke. Hat er irgendwie Kinder gehabt? Jetzt heult er. Schöne Hände. Schöne Hände. Das ist... Erfolgreich. Das freut mich. Hallo, Motherfucker. Hi. Hi. Irgendwas. Okay. Hey. Ich hab'n Deja Vu. De, 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 de. Wo muss ich lang? Okay. Oh. Ich hab... Ich hab was gemacht. Gibt's davon mehr? Wie ich Hello Neighbor kenne, ist das ja nicht umsonst da. Oh. Der Zeiger hat sich damit bewegt. Okay. Hier ist noch eins. Haha. Also ich denke mal, wie es aussah, haben wir zwei von dreien. Hm. Wo könnte das letzte sein? Hallo, Nachbar. Hey. Ha. Hu. Ha. Irgendwie. Muss ich das bekommen. Why. Why, 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 why. Okay, fang mich einfach. Haha. Ähm. Hm? Hallo? 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 Ein Krankenhaus? Der Nachbar. Der Nachbar. Hä? Also irgendwas hat er angefahren? Hat geweint? Hallo? Oh. Ah, hier kann man auch durch. Wenn wir eine Brechstange hätten. Okay. Also roten Schlüssel oder Brechstange. Oh, ich hab's gefunden. Oh mein Gott. Das ist fies versteckt. Ah. Schlüssel. Es tut mir leid. Aber du hast gut gedient. Ich werde immer an dich denken. Es gibt verschiedene Sachen, die ich jetzt aufdrehen kann. Drehen. Dreh. Wasser fließt durch. Okay. Also dann weiß ich ungefähr, was wir gerade machen. Wir füllen wahrscheinlich den einen Raum dann auf. Oh. Oh Gott. Der Nachbar, der Nachbar, der Nachbar. Äh. Hm. Hm. Der Nachbar braucht mir echt zu lang. Einmal drehen. Okay. Ich hab zwei Stück. Mal schauen, wie viele wir genau brauchen. Puh. Ah. Hier ist noch eins. Wie viele davon hat der Nachbar? Oh. Es hat, es hat geklappt. Ist alles voller Wasser. Okay. Stimmt. Hier war auch noch was. Oh. Oh. Hi. Komm. Komm. Ganz langsam. Ganz langsam. Top. Drehen. Drehen. Und. Puh. Ah. Okay. Wir haben irgendwas noch übersehen. Habe ich irgendwo eine Box? Dankeschön für die Box. Bitte seh mich nicht. Danke. Du bist sehr freundlich. Jetzt will ich hier versuchen, die Box hinzustellen. Über die Box mit meinen Apfeln. Darauf. Ich glaube, man sollte eigentlich von da oben hier rauf dropen. Aber man könnte natürlich jetzt auch einfach Kisten stapeln und da rauf springen. Hm. Einmal rauf, drehen. Ich hoffe, das war jetzt der Scharf. Also der Hai. Ich hoffe, das Wasser von meinem Hai ist jetzt weg. Wasserhai. Dun, 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 dun. Das ist, oh, das ist ja ein süßer Schlüssel. Was ist mit denen denn? Puppenhaus. Süßer Schlüssel. Wir haben es geöffnet. Tür da? Eine Tür zur Toilette. Hä? Könnte es sein, dass was wir im Puppenhaus machen, machen wir auch in der Welt hier? Also wenn ich jetzt, warte, die Toilette war verschlossen, kann ich zur Toilette rein? Tatsache. Hallo. Hey. Na? Bist ja süß. Ich nehme dich mal mit, ne? Also. Der hat eine Kroba. Das ist dumm, was ich hier versuche. Gitte. Ist jetzt auf Klo? Ist jetzt auch ein Riesenkerl da? Wow. Das ist wirklich ein Riesen. Was zur Hölle ist das? Ah. Jetzt könnten wir jetzt schon rausgehen. Entkommen. Oder. Wir können nach oben. Nicht? Okay, dann kann man das nicht da mitmachen. Ist die Tür dann einfach so auf? Ja, okay. Das war ja die Tür, die wir auch... Das Wasser ist jetzt gefroren. Tatsache. Damit ist das Wasser gefroren. Jetzt kommen wir hier rein. Ich habe was übersehen. Hier ist ein roter Schlüssel. Also, wir können jetzt zwei Ausgänge benutzen. Ich habe das hier aufgemacht. Könnte ich hier auch raus? Ich kann nie raus. Sprungschanze. Und renn. Bitte. Bitte nie wieder, Nachbar. Tja. Kümmerst du dich um mich oder um das, was da passiert ist? Hm? Huh. Oh. Gott. Oh. Ich fühle mich, als ob ich einen Albtraum hätte. Ich weiß nicht, ob ich da jemals nochmal zurück möchte. Nie wieder schlafen. So, Leute. Das war es mit Hello Neighbor, der Vollversion. Wollt ihr noch den letzten dritten Akt sehen? Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und wenn ihr jetzt noch mehr Hello Neighbor sehen wollt, die alten Beta und Alpha Versionen, findet ihr rechts eine Playliste. Rechts unten findet ihr ein Random Video. Links könnt ihr abonnieren und findet mein Shop. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.